Dieser Audi A4 ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarze Kombi hat fünf Türen und bietet fünf Sitzplätze. Der Kilometerstand des Autos liegt bei unter 170.000 km. Die Erstanmeldung war Anfang 2011. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, ISOFIX, Kindersichtsbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und vieles mehr. Unter der Haube gibt der sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 5,3 Litern pro 100 km. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Untertitelung des ZDF für funk, 2017